Maja Stark, eine Auftaktsniederlage gegen ein sehr starkes Heimteam Kroatien. Wie ist deine Einschätzung des Spiels? Es war sicher nicht der beste Start. Ich glaube, wir haben uns mehr erhofft. Aber man muss auch sagen, es ist ein sehr starkes Team. Wenn wir nicht gerade viel Druck gemacht haben, haben sie uns die Bälle um die Ohren gehauen. Da haben wir gewusst, dass das passieren wird. Aber wir haben einfach unsere Chancen. Das hätte man vielleicht noch besser ausnutzen können. Ich glaube, es war trotzdem gut, dass wir das Turnier starten konnten. Es ist eine große Atmosphäre. Auch wenn es nicht viele Zuschauer hier sind, in einer coolen Halle zu spielen. Ich glaube, wir werden von Spiel zu Spiel sicher besser. Sarah Van Rooij, eine Defaite gegen eine große Team in dem Haus. Was kannst du mit dir mit der Hongriebe machen? Die erste Sache ist die Salle. Für mich ist es etwas Neues, zu spielen in einer großen Salle. Das ist gut, die Repäer sind da. Ich glaube, es ist das für die ganze Team. Wir lieben diese Salle. Wir lieben diese Salle. Wir lieben die Salle. Wir lieben die Salle gut. Und dann im Spiel, es war nicht mit der Musik, mit der Musik, mit der Musik, mit dem Publikum. Ich glaube, dass wir jetzt sind. Wir sind in den ersten Spiel. Wir haben uns gemacht. Wir haben nicht den ersten Spiel gewonnen. Und jetzt gegen die Hongriebe. Wir werden alles geben. Wir werden alles geben. Wir werden alles geben.